Was geht Leute? Nochmal eine kleine Runde Bad Company 2 heute am Start. Nochmal solo unterwegs, mal schauen was so geht. Ne, hier bleib ich jetzt sicher nicht stehen, sonst krieg ich direkt ein Headshot kassiert. Oh, oh, da geht's auch schon los. Wo kam der her? Der schießt doch nicht so vor die Treppe, die kam auch nix dafür. Da hinter dessen Pfosten ist der. Okay, ich hätte mir echt das Coop draufpacken sollen, aber mal schauen. Das wäre gelacht, wenn man das nicht so entfängt würde. Natürlich ist genau das Schild im Weg. Fuck. Wofür so eine 14 Meter Granat nicht alles gut ist, ey? Scheiß, wo ist der Typ hin da vorne? So, Vorsicht, ich komm mal hier rum, ne? Tue, was man nicht tun sollte. Mit dem Quad fahren, weil man auf einer ich das Ziel ist. Scheiß, die Wand an. What? Wollte jemand messern? Ja, er wollte tatsächlich messern. Boah, er, er neilft mich auch noch, krasser Scheiß. Ich meine, so ein Hint im Kopf, ne? Ist nicht so, dass man die überlebt, aber okay. Lass mal das mal so im Raum stehen. Ist das ein Ernst? RPG? Okay, okay. Wenn er meint. Alter, wie sie alle am Snipen sind. Scheiß, die Wand an. Jungs, da können wir doch nichts hier reißen. Wir können zuerst nicht alle in der Base rümmeln. Auch wenn wir schon alle am verkacken sind. Ist ja nicht so, als würde ich mich hier beschweren. Ich spiele ja selber scheiße. Oh, das war gerade irgendwie Fail. Immerhin. Und ich beschuldige den Typen, dass er mich in RPG geht. Das Haus wird gerade mal dem Erdboden gleich gemacht. Oh, 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 oh. Der hat mich hier fast zerreißt mit seiner MP, äh, mit seiner Pistel. Shit. Karl Gustav, alter. Die fahren die größten Schützer, die sie haben. Okay, C ist weg. A wäre er eingenommen. B wird gerade geholt. Ich versuche zu helfen. Okay, okay. Den haben wir noch. Ach, der Easy schon wieder. Der Easy Climb oder was auch immer, alter. Da kam schon wieder die Karl Gustav angeflogen. Oder RPG, was auch immer. Das ist, äh, ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Ist überhaupt nicht übertrieben oder so. Das geht für euch. Oh, Gott. Scheiß, die Wandern. Scheiß, die Wandern. Wie halt immer direkt die 14mm gerade hinterherkommt. Das ist klar. Das ist einfach immer so. Magazin, ne, switchen auf 40mm. Standard halt. Oh. Ne, ne, ne. So einlassen wir ja nicht. Boah, dat aim, alter. Dat aim. Oh, sogar ein Double. Nein, kann ich auch mal so kommen, ne. Boah, jetzt werde ich aber beschenkt mit Punkten. Ah, fucking shit. Aber in einem Bude drin. In dem Kabuff, der Lümmel. Oh, jetzt ziehe ich an den Kartons. Unschön. Unschöne Sache. MK14 Mod. Hey, die könnten wir nicht auch mal wieder auspacken. Warum eigentlich nicht? Die war mal ganz geil. Damals. Als ich noch aim hatte. Gut, dass wir hätten. Und sonst so, alles klar bei euch. Dann bist du mein ganzes Wort am snipen. Ohne 14 Millimeter. Ohohoho. Scheiße. Ohne 14 Millimeter Granate blieb von ausgeschmissen. Ich muss nicht keinem zu mehr reinballern. Alter. Übertreibt halt mal. Ja, dann spring halt da runter. Ah, da war der Tipp wieder. Mit der MK14. Oder M14 Mod. Ist die MK oder M? M. Oh, pardon. Ich warfle ja einfach ein MK. Was drehe ich euch hier an, ey? Alter, siehst du den nicht? Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass ich ein guter Spieler bin, ne? Ganz im Gegenteil. Aber den sollte man doch gesehen haben. Hier war doch auch noch jemand. Alter, das war aber schon wieder kurz vor Unfall. Nein. Warum? Warum tut er das? Er hat da doch noch Zeit. Alter. Das ist mir die Richtige. Oh, deine Sekundärwaffe. Oh ja, ich hab mir da einen RPG-7 gezogen. Und du so. Ja, Carl Gustav. Heutzutage ist die Premierwaffe der RPG. Warum? Ach, geht doch. Oh. Alles klar. Er schon wieder. Der hat es aber heute nicht einfach. Er fliegt erst mal 5 Meter in die Luft. Ja, nimm ruhig. Bedien dich. Keine Problem. Bedien dich, Alter. Arschloch. Mann. Go, go. Der Sniper holten sich natürlich. Alles klar. Er holt alles mit dem G drauf. Aber ne, der Sniper regelt das schon. Ich seh durch diesen Rauch nie, was ich richtig bin. Ach, du Scheiße. Extremer Sniper beschossen. Hast du nicht gesehen. Ach, er ist schon wieder. Ey, das ist aber eine arme Socke, ey. Oh, shit. Da kommt die Kavallerie. Ah, Sniper. Oh, Digga. Oh, moin. Huch. Das war Glück. Alter, wie durch alle Ritzen hier durchschießen. Was geht mit denen? Oh Gott. Ich dachte gerade schon. Ja, was willst du denn hier machen, ey? Der ist direkt der Sniper. Scheiß, die Wand dann. Oh. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Reicht am Arsch, würde ich mal behalten. So, jetzt hat die Runde da jetzt am Ende zu. Lasst doch, wenn ihr wollt, eine Bewertung da. Oder was man verbessern könnte. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Schon mal dafür danke im Voraus. Alles klar, dann muss ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Hau da rein. Ciao. Ciao. Ciao.